Hallo, ich habe ein russisches Spiel gefunden mit Namen Ja, ähm, Nova, Near Orbit, Vanguard, Aliens, Elite, Beta Auf Facebook Das Spiel muss eigentlich gut sein, das gab es auf dem iPod Apple ist cool, Apple ist schön, Apple hat es drauf Obwohl, ich will keine Schleichwerbung machen Habe ich jetzt schon Schleichwerbung gemacht? Wenn ja, dann verbessert mich und so Ja, auf jeden Fall, ja, dieses Spiel Ihr könnt kaum was rausreißen, wenn ihr, ähm, keine Premium-Nutzer seid Dann seid ihr so, 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 schlecht Da diese Waffe hier, Standard-Waffe ist Und man ungefähr 5000 Schuss braucht, um einen zu töten Obwohl, ob es geht Ja, am Anfang des Spiels macht schon Spaß Aber es verliert schon sein, sein Lustfaktor nach einer Zeit Einiger Zeit, einer Zeit, bla 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 Da hier relativ viele laggen, so 20 Stück pro 12 Spieler Und ich schätze mal so Ost-West-Süd-Afrikaner Wo sich kein Internet leisten können und irgendwie Angezapft, angezapft haben von 1000 Kilometern Von, von Josefland Ja, auf jeden Fall Wir spielen jetzt ein bisschen Nova Und Shio Falls ihr Interesse habt, ja, ich kann mit euch spielen, wenn ihr möchtet Ihr werdet eh verlieren, wow Ja, klar, ich spiele gerne mit anderen YouTubern Ich habe auch schon mit einem gewissen Ja, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen Gespielt Und ja, er ist auch ein Cash-User Wobei Hm Die Maps Grafik des Spiels allein Scheiße Das ist ein Bowser-Game Natürlich Dann kann die Grafik nicht gut sein Aber Junge, das ist Von dem iPod Auf den PC gebracht worden Und Du musst nichts downloaden Nichts Nicht mal ein bisschen wie bei Battlefield 2 Obwohl es die 800 MB sind, die das Spiel schon hat Und Und das ist auch kein Bowser-Game mehr Das ist ein Web-Installing-Game Aha Google hat mir geholfen Nein, das war Sowas weiß man Okay Ähm Ich möchte jetzt noch eine Killstreak von 10 haben Für das Video Aber Es geht nicht Nein Schade Okay, ich möchte Moch 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 Okay Ja Ich wollte euch eigentlich nur das Video zeigen Das Video, das Spiel Warum rede ich jetzt schon Ich habe schon so viele Videos gemacht Ich rede jetzt nur von Videos Also Wir sehen uns Ja Ich Freunde Tschüss Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin